Dann noch ein paar Gatter mehr. Sagen wir erstmal drei Gatter. So. Huh, ist ja schon wieder Nacht geworden. Das ging aber fix. Dann schnell schlafen. Hat jetzt gerade unsere Axt fast gezogen, weil wir unser Bett berührt haben. Ne. Jetzt hoffentlich ist nichts gespawnt. Außer das eine Skletter hinten. Und der Zombie. So. Apfel. Apfel, Apfel. Zombie, du warst doch gerade noch hier. Hm? Da. Wah, oh. So. Dann sind wir auf Hashtag Level 19. Jemand hinter uns. So. Und ist ja schön nachgewachsen. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns ja erstmal, denn wir wollten uns ja erstmal einzäunen. Würde ich sagen, machen wir hier einen Gatter hin. Also dann hier. Dann hier einen Gatter. So. Obwohl, ne. Würde ich hier lieber dann noch einen freilassen. Dann so. Ja, das war's. Ja, das war's. Entschuldigung, das war's dann mit unseren Zäunen. See-Rosenblätter. Hm. Dann brauchen wir doch mehr Holz. Hm, 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 hm. So. Axt kaputt. Und wir haben keine neue. Und dann würde ich jeweils auch mal hier Fackeln setzen. Da und dann da hinten. So, beende mal. Like-